Okay, gut. Dann noch einmal vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich, vor Ihnen heute sprechen zu können, um Ihnen ein Thema vorzustellen, das mir sehr nahe ist. Und zwar das Thema, wie man die neuen Technologien, vor allem 3D-Modellierungs- und Visualisierungssoftware einsetzen kann, um das gebaute Kulturerbe zu dokumentieren. Zum einen und zum anderen auch zu vermitteln und auch der Wissenschaft, also die digitalen Datensätze, die dabei entstehen, der Wissenschaft zugänglich zu machen. Und deswegen nehme ich Sie jetzt gerne auf eine Reise durch dieses Themenfeld und möchte beginnen mit einer allgemeinen Einstimmung. Und beginne schon mal mit einer Arbeitsgruppe, die sich 2015 gegründet hat, die Arbeitsgruppe Digitale 3D-Rekonstruktion, die, wie Sie hier sehen, viele Institutionen unter ein Dach bringt, mit dem Ziel, im Austausch zu sein und die Kunsthistoriker mit den Architekten, Archäologen zusammenzubringen, um über die 3D-Visualisierung historischer Architektur zu sprechen. Sie werden sehen, dass es da sehr viele Punkte gibt, über die man immer noch sehr stark diskutiert. Wir sind eine Schwesterorganisation, wir sind verwandelt sehr stark mit dem Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte. Und Sie kennen ja Lisa Liebmann, die ist eine der Sprecherinnen dieser Dachorganisationen, des Arbeitskreises. Wir haben zusammen, um dieses Feld besser zu erschließen und zugänglich zu machen, haben wir eine Buchreihe auf die Wege gebracht, also die Arbeitsgruppe Digitale 3D-Rekonstruktion und der Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte. Und diese Reihe heißt Computing in Art and Architecture, ist eine Print-on-Demand-Open-Access-Buchreihe bei Art Historicum an der Heidelberg-Universitätsbibliothek. Und das war unser erstes Buch, was Sie zum Lesen bekommen haben. Und Band 1, da haben Sie diesen Artikel zum Lesen bekommen, der eigentlich die Grund- oder die Basis für diesen Vortrag auch Ihnen liefern sollte. Und das zweite Band, was jetzt rausgekommen ist, Digitale 3D-Rekonstruktion als virtueller Raum der architekturhistorischen Forschung. Da geht es ganz breit eigentlich nur um das Thema 3D-Modelle. Und das dritte Band, was jetzt ganz frisch rausgekommen ist, ist die Doktorarbeit von Heike Messemer zu diesem Thema der 3D-Rekonstruktion in ihrem Fach, in der Fach der Kunstgeschichte. Und sie hat das historisch untersucht, wie sich diese neue Methodik und die neuen Werkzeuge seit Mitte der 80er Jahre durchgesetzt haben. Ja, ich habe gesagt, ich will Sie jetzt erstmal einstimmen über diese Buchreihe, die ja die Basis unserer Diskussion heute nochmal darstellen soll. Und nehmen Sie jetzt auf den Weg über ein paar Bilder. Wir sind alle in der Aufklärungsphase der Digitalität. Wenn wir hier auf St. Peter schauen, als Papst Johannes Paul II. gestorben ist, dann sehen wir hier die trauende Masse mit Kerzen in der Hand. Und als der Papst Benedikt abdankt auf dem gleichen Platz, sehen wir, dass sich da etwas getan hat. Also das Bild kennen Sie vielleicht auch in dieser Konstellation. Denn es zeigt, dass wir innerhalb von acht Jahren eigentlich alle vernetzt sind und ständig die digitalen Devices in der Tasche haben und ständig kommunizieren und auch Wissen teilen über die Netzwerke. Das hat dann Erik Kessel zum Beispiel in dieser wunderschönen Installation 2011 zur Schau gebracht. Er hat alle Bilder eines Tages ausgedruckt, die hochgeladen wurden in Flickr. Und das waren 2011 350.000. Und nur als Vergleich, ich habe da nochmal reingeschaut, wie sich das entwickelt. 2017, das sind jetzt nicht die neuesten Daten, aber Sie sehen, was da passiert. Und das ist jetzt auch nur ein Repositorium, eins von vielen, die so, ich will gar nicht wissen, wie viele Bilder über WhatsApp oder über Facebook hochgeladen werden am Tag. Wenn man sich das anschaut, dann haben wir eine Datenexplosion, mit der wir zu tun haben. Und so sieht das Bild aus. Das ist jetzt auch so eine Grafik, die dann veranschaue, durch ungefähr, wie viel Wissen hat die Menschheit so bis 2011 aufgebracht. Und dann sehen Sie, dass das, was alles so global, digital an Daten produziert wird innerhalb von drei Jahren, ist eigentlich das Vielfache von dem, was so vorliegt. Und hier sind wir in diesem Bereich, im ganz großen Bereich auch von Big Data und Dark Data. Dazu komme ich nochmal ein Stück später. Die Frage ist, wie kam es dazu oder wie war die Entwicklung? Und da muss man eigentlich, ich komme jetzt nicht auf den Punkt 1, den kennen Sie auch, dass die Revolutionen immer schneller aufeinander folgen und die Entwicklung, Wissensentwicklung und technologische Entwicklung immer schneller vonstatten vorankommt. Das Interessante für uns ist hier eigentlich das Moorische Gesetz. Michael Moore war der CEO, also Vorsitzender von IBM in den 60er Jahren. Und der hat vorhergesagt, dass die Anzahl der Transistoren sich verdoppeln wird alle zwei Jahre bei Kostensenkungen. Also es wird immer günstiger und die Rechenleistung wird immer höher. Und das, was er in den 60er Jahren vorausgesagt hat, ist in der Tat eingetreten. Die Entwicklung sehen wir und er lag gar nicht so falsch. Und wenn man sich jetzt die digitalen Geisteswissenschaften anschaut, vor diesem Hintergrund der technologischen Entwicklung, dann sind wir eigentlich ein altes Fach. Und das hat unsere Kollegin Margarete Pratschke auch sehr wunderschön in ihrem Aufsatz, ich glaube in Band 1, auch beschrieben. Also eigentlich, es gibt ja heute schon eine Historiografie der Digital Humanities. Und das beginnt alles viel früher als gedacht für die vielen. Es ist, also man kann auch schon mit Rentner sprechen, die da eigentlich Pioniere auf dem Weg waren. Wie Roberto Busso, der, ich glaube über zehn Jahre von IBM finanziert wurde. Und der hat dann alle Arbeiten von Thomas von Aquin auf Lochkarten damals und auf Bändern erschlossen. Ich würde gerne wissen, was man daraus machen könnte heute. Es ist einer der Pionierprojekte in den digitalen Geisteswissenschaften, gefolgt von ganz vielen anderen Projekten der 60er Jahre. Da gibt es auch eine wunderschöne Publikation von Boll, glaube ich. Computer in den Museen. Also IBM war da ganz stark unterwegs, aber das können Sie alles bei Margarete Pratschke nachlesen. Für mich als Architekten, der Architektur studiert hat und der mit Computern 3D-Welten wiederauferstehen lässt oder Gebäude, die nicht mehr existieren, ist das jetzt einschneidend. Das ist die Geburtsstunde der Computergrafik. Davor oder auch bis in die 70er Jahre hat man meistens auch die Computer von der EDV mit Lochkarten eingesetzt, um einen Strich auf den Drucker, den Drucker zu sagen, dass er einen Strich zeichnen soll. Und dieses Projekt von Ivan Savorlan, das war eine Doktorarbeit an der MIT 1963, ist eigentlich ein Pionierprojekt auf dem Gebiet der Interaktion mit einem Stift, mit Bildschirm und mit der Zeichnung. Und da konnte man auch 3D-Drahtmodelle erstellen und zeichnen. Und hier beginnt eigentlich das spannende Thema der Computergrafik, auf die ich jetzt eingehen will. Weil wenn wir uns das mal anschauen, dann geht es so Anfang der 80er, bis zur Hälfte der 80er Jahre, kommen so die ersten 3D-Visualisierungen von Architekturen und von Kunst- und Architekturgeschichte. Das ist übrigens auch ein Projekt, was gesponsert wurde von IBM. In England die Rekonstruktion vom Altminister Winchester, was Sie hier sehen können. Und das war damals 1985 so der letzte Hit. Und um jetzt nochmal zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, machen wir einen Sprung nach Deutschland von England, wo wir jetzt eine der ersten 3D-Rekonstruktionen sehen, vier Jahre später. Das ist Plüny, von dem Professor, der dann an die TU Darmstadt kam, Manfred Co., unter anderem mit diesem Projekt, bei dem ich dann auch zehn Jahre studieren und arbeiten durfte. Und das war ein frühes Werk, wo dann die Benediktinerkloster Plüny, was in der französischen Revolution zerstört worden ist, rekonstruiert worden ist. Übrigens für die große Salia-Ausstellung, also oft werden 3D-Rekonstruktionen in der Tat für Ausstellungen bestellt, geordert und sollen dann in einer Filmdoku oder innerhalb der Ausstellung komplexe Sachverhalte und verlorene, gerangene Welten den Besuchern ermitteln. Das ging dann eigentlich jetzt auch beim Koben, dann sehen Sie den Professor mit mir, das war unser Projekt dann 2005 bis 2007, Rekonstruktion aller Entwurfsphasen und Bauphasen von St. Peter in Rom. Dazu gab es auch eine Filmdokumentation, das ist jetzt ein Mitschnitt aus der Filmdokumentation. Dann sehen Sie das alleine an diesem Lehrstuhl seit 1993 bis 2011, da ist Professor Krupp gestorben, mehrere große Projekte, davon sind circa zehn, zwölf größere Projekte zur Kaiserkriege in China oder Moskauer Kreml oder der Vatikanpaläste oder St. Peter, die deutschen Synagogen, um ein paar zu nennen, sind dort unter der Anleitung dann realisiert worden. Wie die, damit Sie nochmal die, das kennen Sie auch alle so, die Bilder werden immer besser, die Animationen immer fantastischer, fast schon fotorealistischer, unter die Texturierung wird das meiste dann geregelt. Und Schlösser und eigentlich Blähminstitutungen, also Museen und Schlösser und Gärten, zum Beispiel Bad Württemberg, sind immer mehr interessiert an solchen Visualisierungen. Und vor allem an solchen Visualisierungen, wenn diese auch wissenschaftlich belegt sind. Und das ist nämlich für eine Knackpunkt bei diesen Projekten, die Wissenschaftlichkeit und die Belegbarkeit dessen, was wir Ihnen zeigen. Aber dazu werde ich später noch mehr erzählen. Hier sehen Sie eine Produktion von Faber-Kortial aus Darmstadt für die große REM-Ausstellung in Mannheim. Und dann auf einmal sehen Sie hier eigentlich die Welten, wie wir sie von Gladiator und aus dem Sandalen-Film Anfang von diesem Millennium kennen, wo auch das Colosseum in Rom in 3D rekonstruiert ist. Und der Zuschauer, der da mitschaut, denkt, der ist wirklich fotorealistisch mit Akteuren. Und das gibt die Technologie her, dass wir heute diese Modelle, die Sie hier sehen, die per Hand gemacht werden, auch mit Modellen kombinieren können, die der Computer automatisch generiert, prozedural. Weil man natürlich nicht eine Million Gebäude per Hand erstellen kann, da benutzt man Parameter. Und das ist hier zum Beispiel so ein Beispiel. Das ist nämlich die City Engine von Acelead. Das ist eigentlich aus der Stadtplanung eine Software, in der sie regelbasiert für die Parzellen von Pompeji, die Regeln für eine antike Stadt, deren Software geben können. Und diese baut automatisch prozedural Pompeji aufgrund der Regeln, die sie aufsetzen, und der Parzellen, die sie dann der Software zuspielen. Das heißt, die Computer können über Regeln auch automatisch Architektur nachbauen. Architektur hat auch einen Sinn, weil die römische Architektur ist eigentlich fast schon eine DIN-Norm-Alte. Da ist sehr vieles auch auf der Norm entsprochen. Und man kann vieles aufgrund von diesen einfachen Regeln, wenn man die Buch lesen, unter anderem nachbauen. Jetzt komme ich zu der Spielerwelt und der Problematik, dass wir natürlich auch mit solchen Bildern konfrontiert werden. Und diese geben auch eine Erwartungshaltung bei der jüngeren Generation. Assassin's Creed Community zeigt zum Beispiel Venedig der Renaissance. Oder hier in diesem Teil können sie dann in Paris eintauchen, Paris der Revolutionszeit, und dann Aufgaben erledigen und durch die Stadt auch laufen. Und das, was Sie hier sehen, ist eigentlich eine Computerdarstellung, die möglich ist, die aber für uns in der Wissenschaft eigentlich nicht erreichbar ist. Und das ist auch nicht wünschenswert bei den meisten Sachen, die wir machen. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was viele heute auch erwarten von den 3D-Rekonstruktionen. Ich habe mein Weihnachten hier verbracht, im Wilden Westen. Ich habe mir das Spiel gekauft, weil es jetzt eines der neuesten war, was vor einem Jahr rauskam, kurz vor Weihnachten. Und da können Sie im Wilden Westen, also ich habe früher sehr gerne Western geguckt, und ehrlich zu sein, taucht man hier ein in diese Welten und fühlt man sich teilweise wie ein Schauspieler, oder nur ein Ostern Film. Also das zeige ich nur, weil das, was Sie hier sehen, immer mehr einzig halten wird, und die junge Generation, wenn wir über Web3D sprechen, für die wird es wahrscheinlich auch selbstverständlich sein, dass man in diese realistischen Welten einkaufen kann. Wieso die so toll aussehen, zeige ich in diesen zwei Folien. Die sehen so toll aus, weil sie 2016 100 Milliarden Euro im Jahr 100 Milliarden Dollar im Jahr Umsatz hatten. Und ich zeige Ihnen jetzt den Sprung zwei Jahre nach vorne. Das sind schon 140 Milliarden Dollar Umsatz. Das heißt, hier in dieser Spielewelt ist einfach verdammt viel Geld drin. Und diese großen Player wie Rockstar oder Ubisoft, die haben einfach verdammt gute Leute an Rechnern sitzen und verdammt gute Software-Pakete, die sie dann auch programmiert haben, um diese Welten zu erstellen. Und das werde ich jetzt kurz überspielen. Das ist ein Film über die Player One, den vielleicht der eine oder andere gesehen haben, wo es auch darum geht, dass man entflieht in Zukunft in eine Parallelwelt. Das heißt, es findet immer mehr Leben, wie jetzt in den Corona-Zeiten im Digitalen statt. Und da wird es große Anbieter geben, die dort ein Verweilen ermöglichen und je bessere Welten sie schaffen werden. Und hier weise ich nochmal auf Ontologicory, Anthocentric Sensory Innocent Simulation, den Namen von dieser Software, weil ich auch gleich über Ontologien sprechen werde, zeige ich diesen Film auch nochmal. VR-Realität ist eigentlich, was wir schon seit Längerem kennen. Die Brillen werden immer besser. Das Problem ist zum einen, dass es einem schlecht daran wird, wenn man sich umdreht, und dass es pixelig ist immer noch. Ich zeige das Bild hier, weil in Polen ein deutsches Anzwald, ein deutscher Kleinstadt in Pommen, die zerstört worden ist, rekonstruiert worden ist. Das sehen Sie hier im Film. Und die polnischen Bewohner, die diese Stadt gar nicht so kennen, weil sie komplett heute keine Altstadt mehr hat, weil diese von der Roten Armee im Alkülleriefeuer unterging. Und damit die Bewohner, die dort jetzt heute leben, ein Gefühl bekommen, wie es früher aussah, hat man diese Rekonstruktion gemacht. Und das sind auch schöne Anwendungen für diese Art der Technologie. Daraus kann man natürlich auch noch Filme generieren. Auch das ist die gleiche Games Engine, die auch diese VR-Brillen bedient. Dann filmen Sie das Ganze natürlich nicht so fixellig und kann dann koordiniert werden, wie die Kamerafarbe ist und es ist einfach ruhiger. Wenn es um 3D-Modelle geht, dann ist natürlich die große Frage, wohin damit? Also das ist die große Problematik, auch dass viele Modelle auf den Rechnern oder Servern schlummern und werden gar nicht publiziert. Und da gibt es Anbieter wie Google Warehouse oder hier Sketchfab, die jetzt nun anbieten, Modelle hochzuladen und diese auch auszutauschen, zu verkaufen, unter gewissen Lizenzen zu stellen. Dazu muss man sagen, die Viewer sind super. Das ist WebGL-Viewer, der es Ihnen ermöglicht, sich einfach per Mausblick um die Modelle zu drehen. Und Sie können diese auch leicht annotieren mit diesen Punkten. Die Problematik ist, dass diese 3D-Repositorien zurzeit in privater Hand sind. Das heißt, das ist hier ein amerikanisches Unternehmen und es gibt keine Universitätsbibliothek, die sowas anbietet zurzeit. Es hat sich jetzt geöffnet, was schön ist. Wikipedia hat die Möglichkeit, jetzt seit neuestem auch 3D-Modelle kann man dort hochladen. Und dann sehen wir hier auch Eubend. Es gibt ein schönes Tool, also nicht zum Hochladen, aber für die Visualisierung von 3D-Modellen. Eubend von euch, was ihr auch vorgestellt habt, auf der DHD in Pagabon, durch die Zoe. Kompakt, glaube ich, heißt es. Also es gibt verschiedene Lösungen, wie man jetzt 3D-Modelle online, webbasiert zeigen kann. Und es gibt die großen Repositorien, das sind Sketchfab und Google Warehouse zurzeit. Und wir warten immer noch auf eine Lösung, dass die Universitätsbibliotheken uns sowas anbieten. Das zeige ich nur, was hinter Sketchfab liegt. Also Sketchfab, in denen sie wie viele Millionen in so eine Entwicklung reingesteckt werden. Eine Firma aus New York, die dann Geld gesammelt hat und mehrmals mehrere Millionen bekommen hat, um diese Plattform aufzubauen. Und wir tun unsere Modelle auch da hochladen. Kann sein, dass die Plattform morgen abgeschaltet wird. Dann kann man sie nicht mehr interaktiv sehen. Deswegen legen wir unsere Modelle auch immer ab bei uns in der Forschungsumgebung, die ich Ihnen vorstellen werde, dass sie noch mal da sind. Aber wir nutzen Sketchfab nur zurzeit für die Visualisierung in 3D. Sketchfab in Numbers, 2018, drei Millionen Modelle. Und jetzt gehe ich zu Sketchfab und zeige Ihnen noch ein schönes Projekt. Das Bild kennen Sie alle, Schlafzimmer von BangDoc. und das habe ich mir auch nicht angeschaut. Irgendjemand hat das nachmodelliert in Sketchfab und bietet das zur Verfügung. Und natürlich steigen quasi in das Bild rein und sehen die Interpretation eines Modellierers, der diese auch mit Ihnen gerne teilt. Und deswegen hat er das da reingestellt. Und Sketchfab bietet jetzt auch seit circa zwei Jahren die Möglichkeit, auch mit der Brille diese Modelle über VR sich anschauen zu können. VR nimmt jetzt auch immer mehr Einzug in Museen. Die Museen nutzen die Technologie, um den Besuchern noch neue Räume zur Verfügung zu stellen. Sie können zum Beispiel in ein historisches Atelier, wie hier in Tate Modern in Modigliani, eintauchen und sehen dann die Werkstatt des Malers, des Künstlers. Also solche Angebote von Tate Modern bis hin in Moskau, als ich letztes Jahr in Oktober war, in der Kretarko-Galerie, haben sie dort den Ganscharova und Malevich auf die gleiche Art und Weise hier vorgestellt, dass man auf einmal mit zeichnen konnte und Bilder projizieren konnte, wie die russischen Atelieristen das auch getan haben. Also so spielerische Einwände und die Nutzung der Technologie ist gerade entkommen. Ein ganz anderes spannendes Thema ist solche interaktiven Zugänge zu den Modellen, wie hier an der Bauhaus-Universität von Weimar. Das ist von den Kollegen Fröhlich das Lab, wo ganz große Datenmengen so aufbereitet werden, dass man mit denen im Team zusammenarbeiten kann und dass man diese zerlegen kann, Screenshots legen kann, dass man in diese Schlösser sich reinbewegen kann und dahinter sind für jeden von der Menschen hier, das werden glaube ich bis sechs Personen daran teilnehmen, sind zwei Projektoren an der Rückwand, sodass sie sich hier frei oder allein dann bewegen können und jeder bekommt sein persönliches Bild angepasst ist auf seine Brille, sodass man sich wirklich ungestört miteinander in diesem Raum bewegen kann, weil wenn sie eine VR-Brille anziehen, dann sind sie eigentlich, dann dürfen sie auch gar nicht bewegen, sondern am besten sitzen, sonst laufen sie Gefahr, sich zu verletzen oder anderen. Und so kann man sich frei bewegen. Und da waren wir auch letztes Jahr und haben, das habe ich jetzt mal aufgenommen, weil der eine Kollege steht hier an der Wand, jetzt werde ich mich mal gleich umdrehen und der andere auf der gegenüberliegenden Wand. Insofern werde ich mich jetzt mal kurz gleich umdrehen. Da sieht das bei denen aus, in diesem Lab. Da ist der andere Kollege und sie sehen sich, also sie können sich gemeinsam in diesen Raum treffen und dadurch diesen Raum fliegen und da sehen sie den anderen jetzt. Und so funktioniert diese Technologie. Leider kostet diese, die in so eine Wand zur Zeit noch 120.000 Euro. Insofern ist natürlich da auch die Frage, inwieweit das jetzt Forma einsetzbar ist, in Leere zum Beispiel, in naher Zukunft. Die Bauwelt setzt jetzt auf die Augmented Reality Helmets. Das ist nochmal das andere, was jetzt so entkommen ist. Vor allem in Zeiten von Fachkräftemangel ist das ein großes Thema, dass zum Beispiel Instruktionen, wie etwas zu bedienen ist, über solche Augmented Reality, also erweiterte Realitätsanwendungen, projiziert wird. Das heißt, sie ziehen seinen Bauhelm an als Techniker und bekommen gleich die Anleitungen für jedes Gerät, wenn sie zu den Kunden fahren und sehen dann, was sie betätigen müssen oder worauf sie achten müssen. Oder noch anderes Beispiel, die Bewährung auf der Baustelle, die auch komplex sind für Facharbeiter, für ungeschulte Facharbeiter, die können auch eine Brille anbringen und wissen auf der Stelle, welche Matten wohin kommen und wie sie miteinander verwoben werden. Es geht bis hin zum Mercedes-Benz, dass sie eine Brille haben, damit sie das Rats an ihre Matten-Benz wechseln können. Das gab es auch ab der IAA vor zwei, drei Jahren, als es die noch gab. In Frankfurt haben wir schöne Anwenderbeispiele. Singularität, wenn Sie das jetzt alles sehen, dann prophezeit man, also Singularität in dem technologischen Bereich bedeutet, das ist ja eine Zukunftstheorie, eine theoretische Zukunftsforschung, die sagt voraus, ist, dass ein Rechner, und da sind wir wieder bei Moore's Law, also bei den Gesetzen von Michael Moore, dass ein Rechner irgendwann mal die Rechnung kapazitiert hat von allen menschlichen Hirnen und das wird prophezeit auf 2045. Insofern, man weiß nicht, wann es eintritt, aber es wird eintreten, es wird eine große Überraschung geben, weil die Rechner dann auf einmal selber lernen werden und selber viele Sachen, das sagt man voraus, selber viele Sachen für uns und vielleicht auch für die Welt und vielleicht uns auch absetzen, das wissen wir nicht. Dieser Zeitpunkt wird wahrscheinlich kommen. und da sind ein paar große Dinger zu nennen, wie zum Beispiel Deep Blue schlägt den Schachweltmeister, das war, glaube ich, in den 90er Jahren, 96, und wenn Sie sich das jetzt angucken, dann haben wir hier ein paar Jahre später, genauer gesagt 20, schlägt AlphaGo den Go-Meister, das ist das komplexeste Strategiespiel, das die Menschheit erfunden hat, und das Neue hier dabei war, dass dieses AlphaGo selbst die Regeln gelernt hat, in dem AlphaGo gegen sich selbst gespielt hat und wir sind jetzt bei neuronalen Netzen und bei der künstlichen Intelligenz, wo wir gerade jetzt den Hype haben in der Forschungs- und Förderlandschaft in Deutschland, alle setzen jetzt auf KI, ich nenne jetzt nur Bayern in die Initiative 100 KI-Professuren innerhalb kürzester Zeit, zu implementieren. Insofern studieren Sie KI, dann werden Sie bestimmt den nächsten Professor. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann verweise ich gerne auf diesen Film, der jetzt schon fünf Jahre alt ist und wunderschön ist, also wenn Sie heute Abend noch nichts anderes vorhaben und diesen Film nicht gesehen haben, schauen Sie sich den an, das zeigt sehr schön, in welche Richtung diese künstliche Intelligenz gehen kann und dass sie irgendwann mal uns ebenbürtig ist oder die Frage stellt sich, ist sie das oder nicht, das können Sie dann selber für sich entscheiden, das zeigt der Film. Und anscheinend hat der Film vielen Leuten gefallen, es gibt die Sophia Hansen, die Sie vielleicht kennen, das ist, Sie sind verblüffend ähnlich, der Figur aus dem Film, das ist der erste humanoide Roboter, der auch eine Staatsbürgerschaft bekommen hat, und zwar in Saudi-Arabien und Sie hat natürlich zwei Augen, hat Computer Vision, lernt die Mimik von anderen Menschen, spricht mit denen, also ein solches ist das, was der Film Ex-Maschina zeigt, wird hier ausprobiert und Sie können sich gerne das mal anschauen, was die Technik so hergibt. Um jetzt den Schwung ein bisschen wieder zurück zu schaffen zur digitalen Kunstgeschichte und zur 3D-Rekonstruktion, komme ich jetzt zu diesen Technologien des 3D-Prints zusammen mit Farbe und zum algorithmischer Analyse mit dem Ziel, einen Computer in die Lage zu versetzen, wie Rembrandt ein Bild zu zeichnen und dieses auch zu produzieren, also deswegen 3D-Druck. Und dann zeige ich Ihnen kurz diesen Film. Ich habe... The first step was to study the works of Rembrandt in order to create an extensive database. We gathered the data from his collection of paintings from many different sources, including 3D scans and upscale images using a deep learning algorithm. because a significant percentage of Rembrandt paintings were portraits, we analyzed the demography of the faces in these paintings, looking at factors like gender, age, and heterose. The data led us to the conclusion that the survey should be a portrait of a Caucasian male with facial hair between 30 and 40 years old in dark clothing with a color wearing a hat and facing to the right. From there, we started to extract features only with faces that were related to that specific profile. We had to create all painting from just data and we used statistical analysis and various algorithms to extract the features that make Rembrandt Rembrandt. We took parts of the face and we started to compare them and then, based on this, we were able to create a typical Rembrandt eye or nose or mouth or ear. After generating the features, we were focusing on the face proportions. We used an algorithm that can detect over 60 points in a painting. We were able to align the faces and to estimate the distance between the eyes, the nose, the mouth, and the ears. The painting is not a 2D picture. It's 3D. You can see the canvas, you can see the process and that's what makes the painting come alive. A height map is essential to make the painting a painting. We incorporated the height map into the painting and printed on a 3D printer that uses a special paint-based UV ink. It printed many layers, one on top of the other, which resulted in the height and texture of the final painting. Ja, ich glaube, damit hat man schon einen schönen Einstieg gesehen, was da möglich ist mit den Rechnen und den Algorithmen und wenn die Rechnen dann mit Daten geführt werden, mit denen sie dann auch was anfangen können. Und ich komme jetzt auch zu diesem großen Thema, das ist eigentlich über was ich hier sprechen will und ich will eigentlich über nichts anderes sprechen mit Ihnen als über Daten und zwar digitale Daten. Ein paar Anwendungen haben Sie ja schon gesehen und ich fange damit an, dass wir ja diesen riesengroßen Datenmengen produzieren Tag ein, Tag aus. Das haben Sie auch schon gesehen. Das ist die Prophezeiung, die auch stimmt, dass die Daten auch von 2013 bis 2020 extrem Potenzial wachsen. Und was Sie links sehen, ist das, worüber ich sprechen will, dass die meisten Daten eigentlich keine strukturierten Daten sind. Also man spricht auch von dunklen Daten oder Big Data. Das sind einfach heterogene Datensätze von Bildern, Fabellen, PDFs, Word-Dokumenten. Also ganz unterschiedliche Daten, die viele auch keinen Standards international unterliegen und die dann auch nicht lesbar sind. Die Computer verstehen die Bedeutung dieser Daten nicht. Das sind große Projekte, die versuchen, diese Daten zur Big Data zu entziffern und sich zunutze zu machen. Und was Sie hier sehen, ist es nur ein kleiner Bereich, eigentlich diese strukturierten Daten ausmachen, die dann so vorliegen, dass die Bedeutung für die Rechner lesbar ist. Und das führt dazu, dass wir in den digitalen Projekten eigentlich auch von großen digitalen Elefanten-Elefanten-Friedwürfen sprechen können, wo viele große Projekte im digitalen Bereich, aber nicht nur, nach ein paar Jahren nicht mehr rekonstruierbar sind. Das heißt, man kommt an die Daten nicht ran. Und das ist die Frage, die sich natürlich stellt, wie müssen wir unsere Projekte angehen, im digitalen gedacht, dass wir einen Mehrwert schaffen und dass die Daten nachhaltig sind. Und da gibt es ein paar Ansätze. Das große ist, dass wir immer noch eine Silo-Architektur haben von geschlossenen Repositorien auf den Servern in den Instituten. Wir benutzen oft proprietäre Formate. Das heißt, wenn ich einen Illustrator was zeichne, ein Poster oder das Speichere als Illustrator-Datei und jemand Adobe nicht hat oder Adobe stirbt in zehn Jahren, dann kann man diese Dokumente nicht mehr öffnen. Und das andere ist, dass viele Kollegen einfach diese Arbeit auch scheuen und kümmern sich nicht um die Strukturierung und die Datenablage und deswegen uns auch diese Daten nicht teilen wollen. Deswegen, man macht es für eine Deadline eines Projekts und danach kommt das nächste Projekt. Und deswegen gibt es diesen neuen Ansatz, den Ansatz, diese Wände, diese Mauern zu durchbrechen und man spricht hier von Open Access, von der Interoperabilität der Daten, von Linked Data, Open Source und Created Commons Lizenzen. Das ist das große, das sind so die großen Schlagworte, die auf die Banner geschrieben werden. Und wenn ich schon darüber gesprochen habe, dass das alles nichts Neues ist, was ich hier Ihnen erzähle und dass es seit den 40er Jahren die digitalen Geisteswissenschaften gibt, dann verweise ich auch sehr gerne auf dieses Zitat von dem Herrn Heusinger, der 1983 gesagt hat, also Herr Heusinger war der Direktor von POTOMARBURG in dem Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte und er sagt, da die elektronischen Datenverarbeitung mechanisch vorgeht, zwingt sie uns, wie unsere Forschungsergebnisse konsequent formalisierter Gestaltung zuzuführen. Dies setzt ein Regelwerk voraus, das wesentlich umfangreicher wird, als es die berühmten preußischen Institutionen für die Katalogisierung der Bücher waren, oder die Anglo-American Rules of Kataloging sind. Das ist ein wunderschönes, vorausschauendes Zitat. Dann gibt es hier nochmal diesen Nachsatz, der auch nachdenklich stemmt. gewiss wäre es ideal, wenn wir alle vorhandenen Informationen sammeln und damit den Weg zum Kunstwerk unter allen möglichen Gesichtspunkten eröffnen könnten. Dies aber ist personell ebenso unmöglich wie finanziell. Da werden wir wählen und letztlich die Grenzen unseres Faches neu festlegen müssen, im Wissen um die Tatsache, dass es nur selten oder uns nur Einzelnen gelingen wird, diese Grenze zu überwinden. Das ist schon ein großes Thema über Datenmodellierung und Erschließung von dem Kulturerbe in einer Art und Weise, dass die Computer damit Operationen machen können, dass die operabel sind, das heißt, dass man mit den Daten überhaupt irgendwas anfangen kann. Da ist natürlich die große Frage, wie muss man das oder wie macht man das, um das Feld nicht zu sehr einzugrenzen, um alle Möglichkeiten und Fragestellungen vor allem der Geisteswissenschaften abzubilden. Das ist natürlich eine ganz große Herausforderung. Das Web-Development werde ich einfach überspringen, weil Sie das alle so kennen, Web-Development der 90er Jahre, 1 plus, das erste. Das zweite sind die sozialen Medien, das man auf einmal nicht nur liest, sondern auch Blogs und Facebook hat und das dritte Web, Web 3.0, wovon man heute spricht, ist dieses Web von Linked Data und von strukturierten Datensätzen und von einer Aufarbeitung der Daten in einer Art und Weise, dass die Computer damit Operationen machen können. Das ist eigentlich 20 Jahre ago, when I wanted to reframe the way we use information, the way we work together, I invented the World Wide Web. Now, 20 Jahre geht es um, Ted, ich will ask your help in a new reframing. So, now, I want you to put your data on the Web. Turns out that there is still huge unlock potential, there is still a huge frustration that people have because we haven't got data on the Web as data. What do you mean data? What's the difference? Documents? Data? Well, documents you read, okay, more or less, you can read them, you can follow links from them and that's it. Data, you can do all kinds of stuff with the computer. But I want to think about a world where everybody has put data on the web and so virtually everything you can imagine is on the web and I call that link data. The technology is link data and it's extremely simple. Ja, hier haben Sie den Erfinder von World Wide Web oder einen Initiator gehört, den Tim Berners Lee, der frustriert war, was er erfunden hat und der diesen Ansatz propagiert und dahinter steht auch das World Wide Web Konsortium und das ist so sein Einsatz und das ist dieser Stufen zeigen das sehr schön. Er sagt, das ist schon mal gut, wenn Sie eine PDF hochladen, da bekommen Sie einen Stern. Eine Komma-basierte Tabelle ist schon mal besser, das ist schon drei Sterne, wenn Sie da sowas haben, weil die Computer damit arbeiten können besser. Wenn Sie Resource Description Framework benutzen, da sind Sie schon toll, weil Sie Bergs Ontologien anwenden, dazu komme ich gleich, ein Datenmodell aufsetzen, was wirklich genau beschreibt, was Ihre Forschungsdaten sind. Und das Größte ist, wenn Sie Ihre Datensätze, die Sie mit RDF beschreiben, also in einer Syntax, wenn Sie diese Ihre Datensätze auch noch mit Datensätzen ähnlichen, die woanders sind, von anderen verlinken, dann kommen Sie zu linked in Klammer Open Data. Und das ist dieses Fünf-Sterne-System, was er vorschlägt. Und das ist nichts anderes als eigentlich RDF, das sehen Sie oben, Resource Description Framework, das ist diese Syntax beschreibende Subjekt Radikat Objekt und dahinter stehen, dann zeige ich Ihnen gleich, was dahinter steht. Und linked heißt einfach, dass Ihre Daten, die so beschrieben sind, mit anderen Datensätzen gefunden sind. Und das sieht dann so aus, Subjekt Radikat Objekt, dass Gürtel Prädikat ist eine Person, er sendet einen Brief und dieser Brief ist datiert und wird gesendet aus Weimar. Und wenn Sie hier Weimar reingeben, dann weiß der Rechner, dass das ein Ort ist und da müssen Sie das sind so Codes, die dann mitkommen aus den Datenmodellen und bei Personen wenn Sie hier Gürtel nennen, dann wird Gürtel über ein Authority File also über Normdaten zum Beispiel der Deutschen Nationalen Bibliothek da gibt es ein Gürtel und können sich hiermit Gürtel verlinken und dann wissen die Rechner automatisch dass es nur der eine Gürtel ist den sie meinen und nicht ein anderer genauso mit den anderen Sachen da gibt es diese Normdaten die man nutzen kann und ein großes Thema für mich auch in meinen Arbeiten ist C.CRM weil wir diese Referenzontologie nutzen um unsere 3D-Modelle zu beschreiben und C.CRM ist ein Datenmodell was im RDF auch benutzt werden kann und was wie seine Lingua Franca in dem Kulturbereich agiert weil es wirklich ein ganz allgemeines Konzept ist bestehend auf ungefähr 90 Klassen das sind diese Entities wie zum Beispiel eine Aktivität Informationsträger oder Bild oder Person E21 das sind Klassen diese Entitäten ca. 90 Stück und die Beziehungen zwischen denen das haben sie ja gerade bei Goethe gesehen auch davon gibt es ungefähr 150 und mit diesen 150 Beziehungen und den 90 Klassen kann man eigentlich fast alles beschreiben immer ausgehend von der Aktivität das ist eigentlich so der Schlüssel bei diesem Konzept dass man alles aus Aktivitäten beschreibt das ist Ereignis basiert oder Aktivitäten basiert man spricht auch Events Centric also das Syloxium ist Events Centric weil es auch Events also Aktivitäten alles beschreibt und wenn Sie dann die Person E21 die Sie als Vincent Van Gogh hier reinschreiben dann weiß der Rechner schon mal dass es eine Person ist aber damit der Rechner auch weiß dass es wirklich der Van Gogh ist den wir meinen kann man natürlich jetzt am besten noch verweisen auf andere Normdaten wie die GND oder DIAV und dann geben wir den Stempel jetzt in den System in die virtuellen Forschungsumgebung zum Beispiel wo man dann die Daten so erschließen kann und dann weiß der Rechner dass es auch dieser ist und das Ziel des Ganzen ist eigentlich dass man diese Wunderkammer des Wissens dieses leibnizianische Gedankengut hat dass die Museen und Institutionen nicht mehr separat für sich in ihren Silos und in ihrer Disziplin alles noch für sich betrachten sondern dass wir diese Verlinkung Verknüpfung des Wissens über die Fachdisziplinen hinaus mittels dieser Technologien vorantreiben und so macht das das British Museum zum Beispiel oder das Reichsmuseum die sind jetzt alle dabei ihre Datenbanken auch auf C. Dr. Rem zu mappen und das sind Großprojekte die dann stattfinden und wenn ich dann davon spreche dann haben natürlich alle Institutionen ihre eigenen im Laufe der Jahre erstellten Thesauri zum Beispiel wie Louvre sehen Sie hier Louvre mit 11.000 oder Getty oder Reichsmuseum zu Personen zu Ereignissen zu Orten und jetzt ist es so dass sie untereinander in Verbindung kommen dadurch dass sie zum Beispiel ihre Personen zum Beispiel den Goethe mit dem von Getty Personenverzeichnis verlinken und Reichsmuseum macht das gleiche mit ihren Goethe und dann entsteht dadurch noch eine zusätzliche Vernetzung und Klarheit für die Rechner und diese Link Data Development also im Zentrum dessen steht eigentlich die Wikipedia das ist nichts anderes als das Wissen aus Wikipedia was dann ist ein Projekt aus Leipzig was dann umgewandelt wird in ADF also in Resource Description Framework dass es dann auch besser lesbar ist semantisch erschlossen ist und strukturiert für die Rechner und sehr viele Projekte beziehen also Linked Open Projekte beziehen sich halt darauf deswegen ist es auch in der Mitte und ich zeige hier einfach nur ein paar Bilder das ist 2009 das ist 2011 das ist 2014 und irgendwann habe ich auch keine Grafiken mehr gefunden aber immer mehr in verschiedenen Sparten die sind hier in Farbe dargestellt immer mehr Datensätze sind im Netz zu finden die diese fünf Sterne anstreben und die diese Daten so aufarbeiten dass sie miteinander in Verbindung kommen und dass die Rechner auch die Bedeutung verstehen und Mapping the Republic of Letters war ein wunderschönes Projekt von Stanford University da wurden alle Briefe von den Begründungsvätern von USA Korrespondenzen mit anderen Personen weltweit die sie geführt haben und dann hat man diese Daten alle erschlossen also wie diesen Goethebrief oder dieses Beispiel mit Goethe Franklin hat mit dem und dem gesprochen den Brief hat er an den Tag geschrieben und an den und den geschickt und wenn man dann diese ganzen Korrespondenzen richtig erschließt dann hat man die wunderschöne Möglichkeit jetzt auf einmal nach verschiedenen sozialen Milieus und den Aufkommen in den Jahren zu unterscheiden oder mit dem Voltaire zum Beispiel geschrieben hat mit welchen Persönlichkeiten aus welchen Ländern wer mit wem wie dick verbandelt war in der Korrespondenz oder auch solche Lokationen also wo hat das Ganze quasi in der Topografie stattgefunden also räumlich gesehen und das sind alles alles Sachen die man dann aus den Daten rausziehen kann und damit komme ich zu den 3D-Modellen von mir und zu dem Themenfeld was ich Ihnen vorstellen will da gibt es eigentlich seit 1990er Jahren die ersten das war vom Klinik die ersten Publikationen und die ersten Diskurse über 3D-Rekonstruktion und die digitalen 3D-Modelle und in der Modellertugend zum Beispiel in der Publikation von 2000 kam schon die Kritik an den ganzen Sachen an der Visualisierung computerbasierten Visualisierung weil die Stefan Hoppe spricht da immer von der digitalen Fokusnote ich glaube sogar in der Publikation der Modellertugend zum ersten die größte Gefahr besteht darin dass wir am Rechner Architekturen schaffen und Bilder schaffen die nicht nachvollziehbar sind das heißt wenn wir Ihnen das Bild zeigen Sie wissen nicht wie es zu den Entscheidungen was dazu geführt hat dass die Kirche so aussieht wie sie aussieht die Modelle sind stumm sie sind dumm sie können sich nicht verteidigen und sie sind einer Kritik ausgestellt und das ist eigentlich ein Thema was sich bis heute so zieht die Frage nach der also wie können wir diese Modelle sicherstellen dass sie über Jahre auch zugänglich sind das ist das eine und das andere ist wie können wir die Wissenschaftlichkeit nachweisen und auch die Hypothese jede Rekonstruktion hat auch einen Hypotheseanteil und ich zeige Ihnen das jetzt am Beispiel von diesem Pionierprojekt was ich dann am Herder Institut geführt habe zu den ostpreußischen Schlössern wir haben zwei Schlösser rekonstruiert die zerstört sind eins in Schlodien im heutigen Polen da fliegen wir über die Bauruine das war 2014 und Vorwerk dahinter und Sie sehen dann hier dass das Ganze 2017 abgetragen worden ist da wurde komplett bis zum Keller abgetragen und es wird gerade neu gebaut mit einer Wärmedämmung und das Schloss steht wieder also nur so dass Sie dann sehen dass die Thematik nicht nur virtuell ist sondern manchmal wird es auch real wieder aufgebaut und wenn man sich wir waren ja mit der Rekonstruktion beschäftigt von diesem Schloss dann sieht man erstmal dass wir auf Quellen angewiesen sind weil unsere Architektur die wir rekonstruieren zerstört ist beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden ist das heißt wir rekonstruieren aus historischen Bildern und hier hatten wir das Glück dass unter anderem Frau Dreischoff hier im Bild zu sehen noch gelebt hat und sie hat die ersten 20 Jahre in den Schloss noch gelebt und sie hat ihr Album mit uns geteilt und uns Geschichten erzählt zusätzlich haben wir das Ganze hier noch digital erschlossen und hatten noch historische von der polnischen Denkmalpflege Bauaufnahmen aus den 70er Jahren die 3D-Rekonstruktion basiert darauf dass wir Quellen über meistens über Fachspezialisten also über Fachmitarbeiter wie Kunsthistoriker oder Archäologen sammeln und zu den Objekten die wir Modellierer meistens Architekten brauchen um diese dann räumlich zu verstehen und räumlich aufzubauen und dann entstehen Modelle verschiedene Versionen und Varianten und es eignet sich für uns CDOC-CRM anzuwenden also dieses Datenmodell und darüber nachzudenken wie können wir diese Prozesse also es sind ja auch Aktivitäten eine Rekonstruktion ist ein Ereignis eine Aktivität ich bezahle einen wissenschaftlichen Mitarbeiter gebe ihm Quellen und er ist in Kontakt mit Kunsthistorikern er spricht modelliert das sind Ereignisse und insofern haben wir auch Ereignisse in der Mitte die hier an Hochstulen stattfinden zu einem Zeitpunkt wir haben Akteure die da mitmischen historische und lebende wir haben Objekte die wir rekonstruieren und wir haben Quellen das ist die Basis und wenn man sich das anschaut dann kann man das nämlich sehr schön in ein Modell überführen und unser Modell hat eigentlich auch diese Top Level Classes so nennen wir sie das sind unsere Haupteinfrage Masken und auch Hauptklassen und diese haben bei uns in unserem System immer zuerst eine Klassifizierung dass wir erstmal überhaupt sagen was ist das für eine Aktivität oder was ist das für ein Objekt oder was ist das für eine Quelle oder was ist das für eine Person und da benutzen wir die Normdaten hier Getty AAT oder GND da nutzen wir unterschiedliche Daten da können wir jetzt schon bei der Erschließung in unserem System was Sie gleich sehen werden dann können wir wenn ich die Aktivität anlege dass ich an dem Tag zum Beispiel 3D-Rekonstruktion mache dann kann ich diese auch rausnehmen aus Getty AAT und die hier reinnehmen und der Computer weiß schon die Bedeutung dieser Aktivität die Taxonomie also die Gebäude die wir rekonstruieren setzen sich aus verschiedenen Teilen und die kann man semantisch oder topologisch auch teilen und das tun wir auch hier das sehen Sie jetzt das ist aus SketchUp dass die Wände modelliert werden innen außen bis hin zu jedem einzelnen Raum das ist hier der Gartensaal wir haben viele Räume modelliert ich zeige Ihnen das jetzt nur zur Einsicht hier und dann sehen Sie auch in Getty AAT wenn wir jetzt bei Objekten da haben wir sogar bis B-Wing Walls oder Walls können wir sogar bis hin gehen dass es ein Raum ist bis hin also die einzelnen Teile wenn wir die Objekte erschließen da können wir wieder auf diese Normdaten dann oder Tesauri zugreifen bis hin zu dem hier Dach und dann gibt es interessante Sachen das gibt es auch von der polnischen also so spezielle Tesauri die man anwenden kann das ist der Tesaurus für Kulturerbe aus Polen und dann konnten wir den auch noch teilweise hier testen im Herder Institut dass wir gewisse Sachen aus dem polnischen hier auch nochmal mit diesen Daten versehen konnten und dann der Innenaufbau und dann geht das so weit dass man dann auch hier bis hin zum auch das Mobiliar haben wir einzeln modelliert und das haben wir dann natürlich auch erschlossen und beim Type in der Klassifizierung haben wir dann hier nach passenden Sachen gesucht um richtig zu taggen das war der Type das erste was man eintragen muss dann gibt es noch natürlich den Namen den Sie frei wählen können dann sagt man hier noch wer ist der wer hat das hier also Klassifikation haben wir durch Identifikation da beschreibt man einfach so gut es geht was das ist da würde ich jetzt zum Beispiel schreiben 3D-Rekonstruktionen vom Bildnis des Königs in Preußen zum Beispiel beim Actor ich bin ja auch selbst erschlossen also in unserem System ist jeder der mitspielt erschlossen das heißt bei mir steht Architekt Name an welchen Institutionen bin ich tätig von wann bis wann und dann wenn ich hier die Aktivität eröffne dann schreibe ich hier meinen Namen dann bin ich mit der Aktivität verbunden das ist das Zentrale bei Rekonstruktion dass wir sagen welche Quellen habe ich jetzt zur Verfügung um zum Beispiel dieses Porträt zu rekonstruieren das andere der zweite Fall ist dass wir nicht rekonstruieren sondern selber Quellen erstellen wir haben nie vollständige Quellenlage sondern haben meistens große Lücken und müssen sehr viel selbst im Kopf durch die Interpretation der vorliegenden Quellen und das die Erfahrung schließen das heißt wir produzieren selbst bei der Rekonstruktion sehr viele eigene Quellen Handskitzen die irgendwie die Lücken schließen deswegen gibt es auch die Möglichkeit eine Aktivität zu starten einer Rekonstruktion oder eine Aktivität zu starten einer Selbsterstellung einer Quelle also das sind Möglichkeit A oder B das ist jetzt A das ist jetzt nämlich das andere das ist der Fall der zweite Fall der erste ist nämlich natürlich können Sie wenn Sie Ihre eigene Quelle erstellen können Sie auch nochmal andere Quellen heranziehen und eigene erstellen oder Sie haben den Fall dass Sie die Quellen hier benutzen und Sie erstellen diesmal keine neue Quelle sondern Sie modellieren ein Objekt und das ist das Spannende dass wir jetzt die Möglichkeit haben dieses Objekt zu modellieren was die digitale Repräsentanz von diesem zerstörten Objekt darstellt und da können wir jetzt auf einmal schreiben wem gehören die Rechte an dem Modell 3D-Modell wie ist die Lizenzierung und das ist jetzt das neue hierbei werden Sie vielleicht im System sehen dass wir hier eigentlich die digitalen Fußnoten eines Modells mitliefern können der Backlink von allen ist eigentlich dieser wir haben nur Objekte bei uns die irgendwo in irgendeiner Quelle gezeigt werden das heißt wenn Sie ein Objekt einstellen ins System erschließen zum Beispiel Gemälde von König so und so dann müssen Sie irgendwo im System auch eine Quelle zumindest hochladen die auch dieses Element zeigt gibt es keine Quelle muss ich selbst eine erstellen dann sage ich ich bin der Autor dieser Quelle das ist meine Eingebung und ich kann mir vorstellen dass Atlantis so aussah dann habe ich Atlantis gezeichnet und damit habe ich das Objekt hier welches ich dann modellieren kann das sind so die das sind so die jetzt ist er zurückgesprungen weil ich gerade auf das Video ich sehe immer das Video oben ich sehe nicht mein gesamtes Bild so so wir gucken jetzt einmal den Sonderfall was versteckt sich eigentlich hinter diesen Source Views also hinter eigentlich jeden dieser Punkte wo ich was reinschreibe also Source Views wenn ich in der Aktivität eine Quelle nutze und diese hier reinschreibe und dann findet das System die Quelle wenn sie schon angelegt ist dann kann ich sie hiermit verlinken dann steht dahinter nichts anderes als unsere C-Doc-CRM Ontologie die wir also diese Referenzontologie die wir aufgebohrt haben für unsere Zwecke und deswegen sprechen wir von einer Applikationsontologie also eine Anwendungsontologie die basiert auf C-Doc-CRM wir haben die halt nur ein bisschen granularer für uns für unsere Zwecke aufgebohrt und dann sehen Sie ist das nichts anderes als wieder Subjekt Predikat Objekt die Aktion nutzt die Objekte die Quelle und das sind Codes internationale dann über C-Doc-CRM sodass die Dokumentation für die Rechner da vorliegt und man also Mensch und der Rechner versteht die Daten weil sie in einer Art und Weise im Text liegen das werden Sie gleich sehen und man kann dann die Bedeutung der Daten nachvollziehen und dazu nutzt man sogenannte Ontologie Editoren wie Protégé zum Beispiel und dann sehen Sie hier das ist ein Screenshot daraus das ist da lebt man die Ontologie das ist C-Doc-CRM und dann diese fetten Sachen in Bolt sind dann unsere Sachen die wir selbst erstellt haben die hängen dann an den Entitäten von diesen C-Doc-CRM sind aber von uns hier nochmal annotiert und stellen unsere Anwendungs- Ontologie dar die dann auch auf GitHub publiziert ist und wenn man das so durchblickt dann gibt es hier dann bedient man sich also wenn man die Ontologie aufgesetzt hat dann kann man sich da bedienen und die Sachen dann daraus nehmen dann kann natürlich die Möglichkeit Freitexte auch noch reinzusetzen und dann natürlich auch 3D-Objekte zum Beispiel oder Bilder hochzuladen also diesen Top-Classes bei der Erschließung auch hinzuzufügen so und das Ganze sieht so aus die virtuelle Forschungsumgebung die Sie gleich auch im Film sehen werden dass wir hier ein Datenmodell haben im Hintergrund was Sie gesehen haben bestehend aus diesen Predicats Objekte mit diesen Codes wir nutzen Whiskey das ist eine virtuelle Whiskey heißt wissenschaftliche Kommunikationsinfrastruktur und ist ein Content Management System basierend auf Drupal 8 in dem Sie die Ontologie reinladen können und hinter den Feldern wie Sourced Use können Sie dann diese Pfade selbst erstellen aus der Ontologie insofern können Sie mit diesem Content Management System sehr leicht Ihre Daten erschließen und das nutzen wir dann haben wir hier in diesen in Drupal Feldbasierte Einträge wir haben hier die Möglichkeit Keywords also Freitexten auch Schlüssel zu notieren wir können 2D und 3D Annotation machen wir haben interaktiven Viewer den Sie sehen werden und wir können am 3D Objekten auch miteinander kommunizieren die Daten liegen als Linked Data in seinen Textformen alle einfach nur niedergeschrieben da mit URIs den Links und dann haben wir noch ein virtuelles Museum angehängt was hier Linked Open Data entspricht was interoperabel ist und was Open Source auch ist und dann arbeiten Menschen damit Kunsthistoriker erschließen Quellen erst einmal und identifizieren die Objekte die wir rekonstruieren und insofern laden sie auch Bilder hoch die dann hier auf Repositorien liegen und hier verlinkt sind und die Modellierer dann wenn sie die Objekte sehen die sie rekonstruieren sollen eröffnen eine Aktivität der Rekonstruktion nutzen diese Quellen interpretieren diese und modellieren 3D und verlinken dann die 3D Modelle und das was sie hier sehen ist eigentlich das Design von der virtuellen Forschungsumgebung und überhaupt einen wissenschaftlichen Forschungsmethode wie man den Prozess klar strukturiert und Mensch und Maschinen lesbar ablegt und da wir jetzt noch bei den ganzen Elementen wie gesagt immer wieder auf Link Open Data zum Beispiel Getty Vocabularies oder DBpedia oder GND verlinken ist das Ganze noch breiter aufgesetzt so sieht das aus also 2017 haben wir das System 16, 17 vorgestellt das ist jetzt die Startseite jetzt gehe ich auf diese Galerien wo wir so ein paar Sachen vorgestellt haben und ich gehe jetzt auf alle Aktivitäten die der Jan Luteroth gemacht hat das ist ein Kunsthistoriker aus München der mitgearbeitet hat der hat 3D modelliert zum Beispiel hier diese Ostfassade von Friedrichstein Sie sehen hier unter Annotation haben wir diese Freitexte wo wir dann auch diese interne Datenbankverlinkung machen können zu Objekten Quellen Personen wir haben den 3D Viewer den wir WebGL basiert erstellt haben und bei dem wir auch hier auf dem Modell Sachen zeichnen können und diese dann auch verlinken können zu unserer Datenbank das heißt wir können hier einen Diskurs starten oder Annotationen machen am Modell und rechts sehen Sie die strukturierten Daten also der Titleset ist der Name Type ist ganz oben Computated Reconstruction und hier sehen Sie zum Beispiel alle Quellen die Vorlagen historische bei dieser Rekonstruktion bei dieser Aktivität dann sehen Sie den Autor das ist Jan Luteroth der hat das modelliert die Lizenz für das Modell bei wem liegt das die Lizenz und dann wann wurde auch dieses Modell gebaut und wenn man jetzt jetzt gucken wir mal wie sich der genau und das ist jetzt wenn ich ich kann auch springen zu der Person so ist der Person Eintrag mit den wichtigen Daten von Jan Luteroth und Getty A.A. Team oben Art Historian ist eingebettet und dann alle Aktivitäten in denen er teilgenommen hat sind hier automatisch aufgeführt das heißt man kann auch sofort sehen was er alles so gemacht hat und genauso könnte ich jetzt springen zu den historischen Quellen dann hätten Sie die Erschließung der historischen Quellen also woher haben wir diese historische Quelle ist das eine Zeichnung ein Plan ein Bild von wem wer hat die Rechte das alles ist dann auch mit dokumentiert ja und wichtig ist nur zu wissen dass das Drupal 8 ist nur eine Software und Software fängt an wie ein Frisch zu stinken während die Daten wenn Sie die Daten gut aufbereiten sagt man so schön ist der gute Wein und das ist mein Plädoyer jetzt für die Daten und so sehen die Daten dann aus wenn Sie die wenn wir sie runterladen das sind die N-Cords Sie sehen eigentlich einen Fließtext das ist der gesamte der gesamte Datensatz aus dem Projekt Sie sehen hier H14 das ist Natural Person dann sehen Sie hier die Uri zu der Person in unserem System und so sieht diese Uri wenn man die anklickt dann landet man bei der Person das ist die Marion Dönhoff die wir natürlich auch erschlossen haben und diese Person Marion Dönhoff ist dann in diesem System auch so beschrieben dass zum Beispiel Friedrichstein ist ein Ort wir haben auch einen Eintrag zu Friedrichstein mit Geonames Marion Dönhoff ist eine Person sie beschreibt den also es gibt wirklich ein Buch wo sie dann den Gartensaal beschreibt der Gartensaal wiederum ist bei uns ein Objekt was wir 3D modelliert haben Gartensaal ist ein Zimmer was modelliert wurde von Jan Luteroth ist gezeigt in den Quellen ist Teil vom Schloss Friedrichstein und so sind die Daten hier alle beschrieben und jeder von diesen Einträgen die sie hier haben hat bei uns auch in der virtuellen Forschungsumgebung bei den Top Level Classes Object, Source, Person und Activity eine Darstellung aber das ist nur die Darstellung die kann sich auch ändern in 10 Jahren wenn Drupal nicht da ist wichtig ist dass die Daten so folgen so jetzt sind wir wieder bei Marion Dönhoff dann sehen sie den GND Identifier den wir hier drin haben insofern weiß der Rechner auch dass wir die Marion Dönhoff meinen die dort gelebt hat und beim Ort haben wir Camion das ist der russische Ortsname wenn ich auf den Ort klicke dann haben wir auch Orte erschlossen dann gibt es die Mehrsprachigkeit von den Orts dann sieht man welche Personen die in unserer Datenbank dort gelebt haben oder gestorben sind und dann sieht man auch hier das haben wir nachgezeichnet im OpenStreetMap da kann man nochmal diesen Ort dieser Ruine nachzeichnen und die Polygonen dann reinsetzen ja dann haben wir auch hier bei uns also diese Verlinkung aus den Daten zu den anderen Normdaten geübt mit GND und Getty AAT und jetzt komme ich zu der Vermittlung weil das ist jetzt eigentlich der Kern der Arbeit und das ist das virtuelle Museum Patrick sollte dich daran erinnern wenn du eine Stunde hast und die ist jetzt ja schon drüber jetzt tue ich auch das ist das virtuelle Museum das heißt sie sehen das gesamte Modell zusammengesetzt in den WebGL Browser und sie können sich dadurch frei bewegen mit Maus lenken sie den Blick mit den Tasten können sie durchlaufen wenn ich auf die Tür klicke öffnet sich die und sie sehen wenn ich jetzt diesen Raum betrete das ist der Gartensaal dann sehen sie auch dass jetzt wieder dass sie unten diesen Kurztext haben mit auch dem Link wenn ich auf die Objekte klicke den Link direkt in die Datenbank von uns also direkt in diese da sieht man es unten wenn man da drauf klickt also das ist diese Verlinkung zu der Datenbank das heißt die Objekte die einzelnen die sich hier anpicken da bekommen sie die Bilder zu sehen und können dann direkt auch wenn sie was interessiert in diese Forschungsumgebung reingehen und das gleiche Modell kann man auch nochmal schön machen dass ich das reinlade in solche Software wie Illumion dann kann ich Kätzchen reinsetzen Blümchen pflanzen rechts ist das Schloss und wenn sie dann sehr zufrieden sind mit dem was sie da so gepflanzt haben und Farbe drauf gemacht haben Pferdchen reingestellt haben Lichtverhältnisse gemacht haben die Kamerafahrt eingestellt haben dann können sie den Film rendern dann sieht er so aus das ist heute kein Hexenwerk sondern das ist eine Sache von zwei, drei Arbeitstagen und Renderzeit von ungefähr einem halben Tag mit einem guten Computer und dann können sie das ist so über die Software die man so benutzt auch bei den Spielen können sie diese Bilder generieren aus den sag ich mal ein bisschen trockeneren Forschungsmodellen die nicht diese Anmutung erfüllen die manche Museen haben wollen Das wäre an der Stelle schon der Schluss ich würde jetzt nur die überspringen weil das ist jetzt wir haben jetzt noch die Synagoge Breslau gemacht das war das neuste Projekt und dann zeige ich Ihnen nur noch was wir bei der Synagoge gemacht haben da haben wir auch einen Film in Lumiun gemacht von der Breslauer Synagoge wo wir dann eine Begehung also rumgeflogen sind immer auch reingehen das spannende Neue ist dass man auch die Möglichkeiten hat anders an diese Gebäude zu erinnern in den digitalen Medien man kann auch eine Spiele einbauen das die Kollegen aus Darmstadt machen in der zum Beispiel ein Rendering von dem Innenraum der Verleugung der ganzen Synagoge zu sehen ist und zwar in dieser 3D Brille oder man kann es auch so machen wie wir es gemacht haben dass man Augmented Reality anwendet man baut eine Postkarte die man auch verschicken kann man hat einen Tracker das ist dieser Grundriss man stellt eine AR App in die Google Android Laden oder im Apple Store und wenn ich dann jetzt meine Kamera drüber halte dann haben sie dann hier die Synagoge und man kann dann über die Punkte noch zusätzliche Informationen abrufen und sie können die Postkarte mit der Synagoge man kann auch Schnitte einbauen verschicken mit dem Blick auf die Zeit würde ich sagen habe ich Ihnen einen Ritz nochmal durch das Projekt vom Herder auch gegeben und auch eine große Einleitung gegeben und das was mich so beschäftigt dass die Grundlagen davon sind was mich treibt ich hoffe es hat Ihnen gefallen und Sie freuen mich auf eine Diskussion das war das war ich das war das war das war das war